Hallo! Am 20. Dezember ist das Spiel der Herzen. Wir sind alle dabei! Zeigt Herz für den Muttenkreis. Unterstützt uns beim Spiel der Herzen. Wir zwei sind dabei. Ihr auch? Das wird ganz toll. Ja! Die Kinder brauchen eure Hilfe. Gemeinsam sind wir stark. Ja! Die ganze Mannschaft freut sich auf das Spiel. Und? Seid ihr dabei? Also, wir sehen uns am 20. Dezember. Seid ihr alle dabei? Ja!